Aber was anderes Erfreuliches, wie einige vielleicht schon auf Twitter gesehen haben. Oh, Teamkill. Ähm, wir werden umziehen. Wir haben eine größere, bessere Wohnung gefunden. Die ist natürlich auch ein bisschen teurer, aber sie ist vor allem größer. Wir bekommen auch einen Balkon und Jamesy darf da auch... ...bekommt da einen schönen großen Katzenbaum und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Ein herzerfrischendes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Overwatch. Dieses Mal ist es nicht so warm hier bei mir. Aber wir sind Reinhardt und wir sind auf Lijang Tower. Ich spiele mit Piltress und Stiernacken und Stiernacken ist tatsächlich auch im Voice-Chat. Aber der sagt nicht so viel. Der hat Hallo gesagt und da ist es ein bisschen uhrgegeben, ob ich jetzt aus dem Voice-Chat rausgehen soll oder nicht. Aber wir belassen es erstmal kurz dabei. Er hat nicht so viel gesagt und dann möchte ich da lieber auch nicht so viel sagen. Ich bin Reinhardt. Ich habe letztens im Random-Chat auch Reinhardt gespielt. Nicht im Random-Chat. Hier im... All Random, glaube ich, heißt der Modus, ja. Okay, war da McCree gut dabei. Okay, jetzt brauchen wir ein bisschen Heilung. Ah, der Genji ist hinter mir. Da habe ich keine Chance. Egal. Es hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert jetzt, dass ich angefragt wurde. Ich habe, glaube ich, 13 oder 14 Freundschaftsanfragen gehabt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das ist eine coole Sache von euch. Dass so viele Leute gerne mit mir spielen möchten. Das ist eine coole, coole Sache. Ich habe die natürlich jetzt nicht eingeweiht, dass wir hier... Dass ich meine Aufnahme gestartet habe. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ähm. Und ich habe noch jemand anderen auf der Friendlist, der auch gesagt hat, wir können ja mal zusammen spielen. Und das stimmt natürlich. Können wir. Selbstverständlich können wir das. Aber jetzt habe ich mal angefangen. Ich mache das mal leicht und ich werde natürlich gleich noch mal Bescheid sagen, dass wir aufnehmen oder werde ich das... Ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen nervös. Ich bin so ein bisschen... An wem soll man das sagen? So ein bisschen verwirrt. Wir haben noch einen Heiler. Ja, schon schwierig jetzt. Wir können uns mal eine Rolle los, jo. Es ist ja bald WM. Und... Gucken mal, dass wir damit dann ein bisschen besser vorankommen. Und das ist mir ein bisschen unangenehm. Ich finde, das ist schwierig. Ich möchte natürlich diese... Diese Community-Runden sehr, sehr gerne machen. Aber das ist schon... Ist schon so ein bisschen unangenehm. Ihr spielt hier, ich spiele hier. Eigentlich spielen wir nur zusammen. Aber das ist immer... Was sagt man dann mit wem... Spricht man denn hier? Man ist ja... Das sind ja doch schon irgendwie random, so ein bisschen. Auch wenn ihr meine Zuschauer seid. Ihr kennt mich wahrscheinlich. Aber ich kenne euch nicht. So, das ist ja meistens das... Das große... Die große Unbekannte. Die seid ihr, nicht ich. So, vielleicht bin ich da auch ein bisschen nervös. Ein bisschen schüchtern. Da bitte ich dann natürlich um. Ein wenig Verständnis meinerseits. Auch, dass ich den beiden jetzt hier nicht Bescheid gesagt habe. Das ist natürlich auch sehr unangenehm. Aber gut, den spielen wir so zusammen. Das ist... Das soll natürlich auch nicht... Immer so sein. Ich würde auch gerne... Unten in der Videobeschreibung ist der Discord verlinkt. Wenn ihr cool seid, dann joint ihr da drauf. Und wir gucken mal, ob wir den auch ein bisschen beleben können, den Discord. Denn dann können wir da vielleicht auch sprechen oder reden, wenn wir zusammen spielen. Würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne machen. Der Doof ist halt keine Chance. Der ist auch jetzt schon low. Ja, und dann gibt es noch was anderes Erfreuliches zu berichten. Und zwar... Und das war's jetzt zu den Community-Runden. Was hast du? Mercy low? Tracer low. Ach so, Tracer. Na, guck mal, da reden wir jetzt. Jetzt reden wir. Ähm... Da bin ich hier völlig in meinem eigenen Element, in meinem eigenen Gespräch drin. Andere erfolgerliche Nachricht. Oder halt, äh, ist er erfolgerlich für mich. Also zunächst ist jetzt der Juni angebrochen. Und, äh, Juni ist natürlich immer die Prüfungszeit bei uns in, in Dänemark. Weil ja, wie einige auch in den Kommentaren geschrieben haben, wozu wirklich in Dänemark... Ja, ich wohne wirklich in Dänemark. Und, äh, Juni ist immer Prüfungszeit. Und Prüfungszeit heißt, dass ich ein bisschen mehr unterwegs bin von der Schule her. Und dass es nicht nur Unterricht ist. Äh, ich war's Dänisch gesprochen. Das macht, im Prinzip, macht mir das nicht viel. Also es, es ändert sich für mich tatsächlich nicht viel. Ich wollte nur gesagt haben, dass ich... Dass das jetzt die Prüfungszeit ist. Aber wenn es sich nicht so viel ändert, warum erzähl ich... Ist ja auch völlig egal. Ähm... Das war sehr gut, McCree. Das war auch gut von Dän, McCree. Ähm... Aber was anderes Erfreuliches, wie einige vielleicht schon auf Twitter gesehen haben... Oh, Teamkill. Ähm... YouTube und Twitch und so. Außerdem wird das Internet schlechter werden, tatsächlich. Ich werde da eine schlechtere Leitung bekommen. Ähm... Vom Upload her. Das wird sich irgendwann ändern können. Aber... Fürs Erste wird es leider so sein. Und... Das macht dann natürlich, dass ich, äh... Erstmal vielleicht mal scheinlich... Wahrscheinlich. Das ist alles nur Konjunktiv hier. Ein paar Tage... Kein Internet hab. Dass ich auch ein paar Tage keine Videos hochladen kann. Das ist... Das... Das lässt sich natürlich alles im Vorfeld nicht... Nicht regeln. Nicht alles im Vorfeld aufnehmen. So, ich würde mich da freuen, wenn ihr... Wenn ihr mir da Verständnis entgegenbringen würdet, zu dem Zeitpunkt. Ich werde das Ganze natürlich vorher nochmal ein bisschen... Sehr gut. Bisschen an... An, äh... Ankündigen. Lief doch eigentlich ganz gut. Das lief sehr gut. Aber jetzt reden die auch. Egal. Das werde ich natürlich nochmal ankündigen. Und, ähm... Dementsprechend... Ähm... Wird es da dann weniger Videos geben. Bis gar keine. Weil vielleicht schaffe ich es gar nicht, vorzuproduzieren. Oder nur alle zwei Tage oder so. Wir gucken mal. Ich weiß auch nicht, wie lange das sein wird. Ich muss mich da mit dem... Mit dem, ähm... Mit dem hier... Vermieter nochmal auseinandersetzen. Äh... Denn aktuell ist da tatsächlich keine Internetsteckdose zu finden. Und, äh... Ein Kumpel, der... Ein Kumpel von mir, der da in dem... In dem Bereich tätig ist, hat gesagt, dass es mittlerweile aus der Fernsehbuchse kommt. Dass der Techniker da allerdings rauskommen muss. So, da bin ich mal gespannt. Ähm... Wie wir das machen. Wann der Techniker kommen kann. Aber das Ganze ist auch erst... Das ist alles Zukunftsmusik. Ihr wisst es ja. Ihr wisst es ja mittlerweile. Das ist alles Zukunftsmusik. Ich freue mich unheimlich drauf. Eine... Größere Wohnung zu bekommen. Ah, den Roadie... Den Roadie wollte ich runterschmeißen. Die Mora, die Mora, die Mora. Sehr gut. Dumpf ist, dumpf ist, dumpf ist. Ich freue mich, eine größere Wohnung zu kriegen. Und dann ist das Internet auch zweitrangig. Ich habe dann tatsächlich, wie ich geguckt habe... Gibt es die Möglichkeit... Ich weiß noch nicht, ob ich das Angebot annehmen werde. Dass ich dann ein... Was, ein 30er oder 40er Upload kriege? Ich habe jetzt aktuell einen 100er. Das ist natürlich eine riesige Umstellung. Auch von meinem... Von meiner Art und Weise, wie ich Videos hochlade. Ich lade aktuell... Sehr gerne... Ein... Ein Tag vorher hoch. Wenn nicht vielleicht sogar... Am... Am Tag selbst. Das geht dann natürlich nicht mehr, wenn man da ganz ehrlich ist. Das ist natürlich dann nicht mehr möglich. Ähm... Das wird sich dann nochmal zeigen. Wie, was und wo. Allerdings ist das so... Das ist so mein einziges Problem mit der Wohnung. Aber man kriegt eine eigene Waschmaschine. Das haben wir aktuell nicht. Man bekommt... Man bekommt... Also die... Die Katze kriegt mehr Platz. Wir kriegen Zimmer mehr. Wir bekommen ein Büro. Aktuell nehme ich ja in der... Im Schlafzimmer auf. Also es hat alles... Es hat alles Vorteile. Tatsächlich. Ähm... Den nehmen wir nochmal kurz an. Aber ich hoffe nicht, dass wir rausgeworfen werden. Sehr gut. Ähm... Den Mr. Jones. Das hat alles Vorteile. Oh! Der hat's geschafft! Ich hatte Roadhog fast runtergeworfen. Ähm... Das ist alles Zukunftsmusik. Ich werde mich dann zum gegebenen Zeitpunkt natürlich nochmal bei euch richtig melden. Vielleicht sogar mit einem Infovideo. Und nicht nur mit einem... Mit einer normalen Overwatch-Folge. Auch wenn tatsächlich viele Leute Overwatch stehen. Und das wurde auch als Thema vorgeschlagen. Ihr dürft natürlich weiterhin gerne Themen vorschlagen. Ähm... Es wurde vorgeschlagen, dass ich doch auch mal drüber spreche, wie Overwatch läuft und so weiter und so fort. Das machen wir alles nächste Folge. Ich nehme jetzt erstmal nur eine mit den Jungs hier auf. Und spiele dann noch ein bisschen privat, um... Ja, einfach... Einfach um da auch ein bisschen... Um das ein bisschen gut zu machen hier. Mit den Jungs. Jetzt, wo die sich schon getraut haben, mich... Anzufragen tatsächlich. Und mit mir... In eine Runde zu gehen. Drehen wir nochmal ein, zwei Runden hier im... Im... Quickplay. Heroes never die. Ich weiß nicht, warum wir auf den Roadhog gehen. Wir müssen auf die anderen gehen hier. Auf die Morrow und so weiter und so fort. Die müssen alle down. Unsere Tanks machen hier auch gute Arbeit. Hainun, Hainun! Hakel die Mist! Ah! Ah, natürlich kacke jetzt. Tatsächlich zwölf Objective Kills. Okay, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Mal gucken hier. Wenn wir den McCree kriegen... Als Pick-Off... Dann wäre das super. Das wäre ein super Pick-Off zu anfangen. Und dann den... Den Road... Roadhog? Hup, bitte dahinter. Horror? Der soll mir erst mal von der Pelle rücken. So viel schon mal. Ich krieg Farah da oben nicht. Ah, es sieht schlecht aus. Ah, es wäre doof, wenn die Runde jetzt nochmal in die... ...in die Verlängerung gehen würde hier. Und zwar richtig doof. Nein! Moment, es war doch drauf. Ich habe es auch nicht verstanden. Der Stirnacken, Leute. Der Stirnacken! Ich freue mich auf jeden Fall, dass die dabei waren. Ich hoffe, das ist völlig okay für die. Äh... Und dann kommt natürlich dieser Unzugskram noch dazu und so weiter und so fort. Wir müssen tatsächlich auch schon in... ... in knapp 14 Tagen umziehen. Also, es ist alles sehr spontan. Ähm... Aber... You really picked Farah against Widow, McCree. Ah, es ist... Es ist... Es ist... Das... Das... Pilzress. Das war schon... ...ne mutige Entscheidung tatsächlich. Aber es lief ja eigentlich ganz gut. Die haben jetzt auch eine Farah. Das wäre super... ...super traurig. Den Genji da vorne kriegen wir auch nicht, ne? Fällt da einer runter? Schade. Die Widow macht das auf jeden Fall gut. Okay, wir müssen da rüber. Aber ich gehe da nicht alleine. Group up. Wir haben wieder ein Genji. Okay, ich dachte, wir hätten wieder eine Farah. Okay, das gehen wir hin. Das gehen wir hin. Group up. Group up. Hier ein bisschen Healing rausholen. Nein! Oh Mist! Als... Als... Als hier Dings... Als Lucille kann man da ja eigentlich noch was retten. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Wir haben drei, die tot sind. Group up. Group up. Group up. Group up. Das müssen wir hinkriegen hier. Das... Als Gruppe. Komm schon! Genji! Moro geht nicht rein. Let's group up here! Gut, Genji hat's erledigt. Er hat's zersägt. Und dann lass hier lang gehen. Hier drüben. Hier drüben, Jungs! Los geht's, los geht's, los geht's. Sniper! Sniper! Ich freu mich drauf. Ich freu mich drauf. Ich muss... Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich... Ich hab echt Bock drauf. Ich hab jetzt sechs Jahre hier lang gewohnt. In der alten Studentenbutze, wie einige auch schon auf... Auf Twitter sagten. Ähm. Und das ist auch gut mal rauszukommen. Ein bisschen... Die Sachen auszumisten. Auszusortieren. Ich hab natürlich tatsächlich... Ähm. Vorher schon einige Male was ausgemistet, weil wir oft umgestellt haben. Und so weiter und so fort. Allerdings, äh... Ist das nochmal was ganz anderes. Ey, die Widow regt mich richtig auf. Ja, die Widow killt uns alle. Nein! Und dann kommt der Genji wieder und macht Slice and Dice. Verflucht noch eins. Ah! Das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht hin. Leider Gottes. Kriegen wir die ganze Sache nicht hin, glaub ich. Und ich komm nicht ins Fenster rein. Egal. GG. Oh, GG wollte ich machen. So. Ähm. Es war trotzdem cool. Ich bin gespannt auf das Play of the Game. Play of the Game. Shadow. Macht der Meteor Strike? Meteor Strike! Oh, lololol. Ich bin auch noch drin. Sehr gut. Yo, alles klar. Okay, das war, das war ziemlich gut. Das war ziemlich gut. Hier, guck mal, gibt's ne Soundbarrier. Wenn's euch gefallen hat, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Ich, äh, steck den beiden jetzt nochmal. Hoffentlich. Äh, wobei, die haben gar nicht so viel geredet. Wir gucken mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Bis dahin. Haut rein.